Hallo. Moin. Morgen. Ich glaube, hätte man mich im Kindergarten schon gefragt, was würde ich später werden, wäre es Polizist gewesen. War schon einmal Traumberuf. Es ist einfach so viel fertig, der Beruf, der macht so viel Spaß. Man lernt viel, man erlebt viel und kann nur noch mit Leuten helfen. Polizeioberkommissar Faust und Polizeikommissar Melzer arbeiten seit drei Jahren zusammen. Okay. Ich bin fertig, wir können. Ich bin auch fertig. Gegenwerfen. Ciao. Hast du schon alles? Ja. Heute geht los. Hannover-Nordstadt ist das Revier der beiden Ordnungshüter. Ich habe eine Anfrage. Ich kriege 05,8 Bedrohung mit ... Wer kann da mal anfangen? Wir haben gerade eine Bedrohung mit Messer. Bei uns im Rotlichtviertel im Lokal ... So heißt es. Hat der Sicherheitsdienst angerufen, dass dort ein wahrscheinlich Kunde die Leute mit einem Messer bedrohen würde. Wir bräuchten hier mal ein RTW. Wir bräuchten hier mal ein RTW. Der Luftverein ist vor Ort. Ich steigne es um. Weil du noch nicht achten sollst. Wir kennen das. Der Luftverein soll sich auch noch im Gebäude befinden. Wir haben ihn aber noch nicht gesehen. Also jetzt haben wir gerade die Lagemeldung bekommen, dass eine Person angetroffen wurde. Mit Messerstich verletzt. Der Tatverdächtige oder Beschuldigte soll sich noch im Gebäude befinden, wurde aber durch die Kollegen noch nicht festgenommen. Also konnte noch nicht entdeckt werden. Deswegen ist das Ganze noch ein bisschen heikel. Sie haben schon verletzte Personen, aber noch nicht den Tatverdächtigen. Rund 64.000 Straftaten ereigneten sich 2021 in Hannover. Damit liegt die Stadt statistisch gesehen auf Platz 3, der gefährlichsten Städte Deutschlands. Hier, Rainer. Da müsstest du ja... Entschuldige, wenn ich laufe an den Rest. Ja, wir laufen an den Rest. Ich habe aus. Vor linken Seite. Ciao. Es wird hier eins noch drin sein und das hier eins noch drin sein. Ja. Okay, gut. Haben wir sonst noch eine Beschreibung? Äh... Daueranzug türkisch. Wo ist die größere Örtlichkeit? Da drin? 51, oder? Da sind überall Räume und da irgendwo soll er sein. Er ist auf jeden Fall nicht rausgekommen. Er muss sich irgendwo hier drin noch befinden. Also, dann würden wir erstmal die obere Ebene dicht machen. Ein Team bleibt beim Keller stehen. Sichert erstmal soweit den Keller. Und wenn wir dann oben durch sind, gehen wir geschlossen einmal wieder runter in den Keller. Gut. Alles soweit? Los. Polizei! Kommen Sie raus! Der Erotik-Club ist nur schummrig beleuchtet und sehr verwinkelt. Polizei! Polizei! Kommen Sie mit oben innen raus! Alles nur Durchgänge, alles nur Nebenräume. Wartet vorsichtig, langsamer. Ja, ja, vorne kürzer. Wir warten, bis er gerade drankommt. Blut auf den Boden einmal hier vorne. Blutspur führt nach rechts. Und nach links. Und nach links. Und nach links. Und nach links. Und noch ein Team da rein. Andere Team hier mit rein. Ich bin bei dir. Hier ist noch mehr Blut. Wartet, wartet. Und ich zeig! Bleib für deine Hände! Bleib da. Sicherst erstmal nach oben. Hier ist einer der Bußhurt. Rauer Anzug? Nein. Warum hast du Blut überall? Weil ich Ihnen helfe, nach oben zu kommen. Hände zeigen und hochkommen. Ganz langsam, ja? Ich schneck Waffe weg. Okay. Okay. Einmal hier hoch, hier hoch und Hände auf den Rücken. Hier hoch und Hände auf den Rücken. Ist alles entspannt? Genau. Andere Hand auch. Ist unten noch eine Person? Vier. Vier Leute. Okay. Hat irgendwer ein Messer von den Personen? Keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal den Keller runter. Okay? Wir sind da. Los geht's. Polizei! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Alle Personen in den Flur mit erhobenen Händen! Weitere Tür. Polizei! Kommen Sie raus! Mit erhobenen Händen! Langsam! Zurück in Hannover. Die Polizisten suchen einen bewaffneten Mann. Er hat im Rotlichtviertel eine Person mit einem Messer verletzt. Polizei! Kommen Sie raus! Mit erhobenen Händen! Langsam! Ist er offen, Roman? Nein, aber Licht brennt. Okay, warte. Ich trete hier nach vorne. Ich trete gegen. Warte, 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 warte. Eine Dusche. Ich sehe nichts. Okay. Hier ist abgeschlossen. Müssten wir gucken, ob die oben einen Schlüssel haben oder wir brechen es auf. Ja, aber das erst mal weiter. Während sich die anderen Gäste des Erotik-Clubs in Sicherheit bringen können, setzen die Beamten die Suche fort. Das Problem, der Keller ist extrem dunkel und verwinkelt. Niemand weiß, wo sich der Täter versteckt. Wir kommen raus! Ja. Es gibt noch eine Dachterrasse. Ja, wir gehen einmal auf. Ja. Hat sich der Mann auf dem Dach versteckt? Wir gehen raus. So, wenn wir jetzt rausgehen. Die ersten zwei nach rechts, die nächsten zwei nach links. Der Rest in die Tiefe. Polizei! 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 In die Tiefe noch. Polizei! Die verschlossene Tür im Keller. Wir haben jetzt ja einen Generalschlüssel. Lass doch noch mal rein. Auf dem Dach ist der Täter nicht. Befindet er sich überhaupt noch im Gebäude? Das war diese Tür, richtig? Ja. Diese hier auch noch eine. Okay. Sicherst du erst mal wieder nach da? Aber eigentlich dürfte es hier nicht mehr sein. Polizei! Treten Sie von der Tür weg! Schon dem passt keiner. Brauchst nicht vorne wegzugehen? Ja. Wir probieren dann die noch mal. Die Tür, welche war hier? Die rechte? Die rechte. Müssten wir halt aufbrechen. Müssten wir fragen, ob es in Ordnung ist, wenn wir die Tür aufbrechen. Dann bräuch ich schon ein Brecheisen. Frag mal. Also wir haben unten noch zwei verschlossene Türen. Das ist einmal bei der Toilette und einmal noch beim Keller, wenn du unten rechts rum gehst, da ist auch noch eine verschlossene Tür. Die kriegen wir mit dem Schlüssel nicht auf. Los, Lager! Der Angreifer scheint wie vom Erdboden verschluckt. Nachdem alle zugänglichen Räume gesichert sind, fällt bei den Beamten die Anspannung langsam ab. Also es ging ja um Messer. Es ist schon ein eine-person-lose Messer verletzt worden. Es ist total verwinkelt, kleine Räume, teilweise ein Quadratmeter Räume. Das Licht funktioniert hier gerade nicht. Deswegen mit Taschenlampen und dann unter Absicherung auf engstem Raum ist das hier schon eine Herausforderung. Schon schwierig, ja. Es gibt hier noch ein paar verschlossene Räume und es gibt gegebenenfalls einen Fluchtweg über das Dach. Das wissen wir aber noch nicht ganz genau. Da müssen wir jetzt erstmal die Kameraaufzeichnungen, die hier stattfinden, auswerten. Okay, habt ihr noch was? Anmerkungen oder sonst was? Okay, gut. Dann sind wir jetzt durch den Verantwortlichen hier entlassen. Dankeschön. Ja, der Herr ist immer noch nicht hier aufgetaucht. Das ist für euch die Kenntnis. Wir haben letztendlich von der Personenbeschreibung nicht viel. Wir haben eine Person mit Migrationshintergrund, äußerlich jedenfalls, augenscheinlich türkisch, der einen grauen Anzug an hat. So, das heißt, danach wird jetzt im Zuge der Streifen noch weiter gesucht nachher. Es war halt alles dunkel und das ist halt das Schwierigste. Man muss halt wirklich sagen, die anderen Kollegen, die eingesetzt haben, die haben einen Topjob gemacht. Also unten habe ich mich sicher geführt, es gab immer irgendeinen, der gesichert hat. Keiner hat gemurrt, keiner hat versucht, irgendwie die Führung zu übernehmen. Es war ein Verantwortlicher und dadurch lief das relativ zügig, relativ schnell ab. Und für die Location sind wir relativ gut durchgekommen. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Für Polizeioberkommissar Faust und Polizeikommissar Melzer ist der Einsatz hier beendet. Ihre Kollegen ermitteln vor Ort weiter. Also ne, sag mal ehrlich, es ist gerade mal 9.44 Uhr. Ganz normale Frühstück. Der mutmaßliche Täter wurde bis heute weder gefunden noch identifiziert. Bis heute Morgen. Bis zum nächsten Mal.